Hi Freunde, Willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die Cobra 6 BP Silber von Di Blasio Helio. Das sind Schwarzpulverböller von Di Blasio und jeder Böller hat 5,5 Gramm. Preislich liegen wir hier bei 6 bis 9 Euro das Paket, je nachdem wo ihr sie bekommt. Gehen wir einfach mal raus und schauen uns an, was der Klang so sagt. Der Cobra 6 BP Silber. Bis gleich draußen. So Freunde, nebenbei testen wir jetzt hier noch die Cobra 6 BP Silber. Ich würde mal sagen, wir hauen alle weg und überzeugen wir uns mal von dem Paket. So, Verarbeitung Di Blasio Helio würdig, sehr schön, sehr hart, zu und eine schöne lange Lunte. Ich hoffe die Platte hält das aus, aber muss das eigentlich. Da war ja schön laut. Die Blasio boot ab. Den nächsten schmeiß ich mal. Den nächsten schmeiß ich mal. Da haben wir gleich mal einen Hörunterschied zwischen Platte und Boden. Ich denke mal, weil der weiter weg war, kann man mir jetzt leiser fahren. Ja, doch ganz gut. W-Sat 5,5 Gramm. Bisschen Wind heute hier. Sehr gut. Sehr gut. Super. 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 ganz espero. 승nieMANUZ antagonist. respects Seems Сп lossesンナге customers! Just save.